Die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele, die bis ins Jahr 2030 erreicht werden sollen, sind ehrgeizig. Es braucht die Zusammenarbeit vieler öffentlicher und privater Partner und den Einsatz aller verfügbaren Instrumente, einschließlich der Normungsarbeit. Mein Name ist Dr. Cornelia Kienle und ich arbeite am Schweizerischen Zentrum für angewandte Ökotoxikologie. Ich bin Vorsitzende des Normenkomitees Wasserbeschaffenheit. Als Komitee leisten wir mit unserer Normungsarbeit einen Beitrag dafür, dass unter anderem das sechste nachhaltige Entwicklungsziel erreicht werden kann. Beispielsweise werden wir in Kürze einen Normenantrag zur Prüfung der Wasserqualität einreichen. Stark vereinfacht sieht dieser Antrag vor, dass in Zukunft einsägelige Grünalgen für die Prüfung der Qualität von Abwasser- und Oberflächengewässern eingesetzt werden können, um damit die Wirkung von Stoffen zu erfassen, die die Photosynthese und das Wachstum von Algen und Wasserpflanzen beeinträchtigen können. Die fertige Norm könnte zum Schutz von wasserverbundenen Ökosystemen eingesetzt werden und somit einen Beitrag für die Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele leisten. Engagieren auch Sie sich für die Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsagenda. Beteiligen Sie sich an der Normungsarbeit und werden Sie SNV-Mitglied.